TV über Regional für Sie unterwegs. Zeigen Sie als Gewerbebetrieb, was Sie zu bieten haben, was Sie machen. Lassen Sie TV über Regional über Ihre Schulter schauen. Zeigen Sie den Zuschauern, was Sie anzubieten haben und warum es so toll ist, was Sie da anbieten. Folgen Sie uns nun bei dem Kreuzbäcker in Reilingen, Jürgen Schiek und schauen Sie auch einmal hinter die Kulissen. Dankeschön. So ein Stammgast hier beim Kreuzbäcker, wie heiße Sie? Ich bin doch Attersoy. Früher habe ich mal Obst und Gemüse gehabt in Reilingen und ich kenne doch Familie schon über 20 Jahre. Komme ich hier auch gern und das ist eine ganz nette Familie. Wir haben ein sehr gutes Behältnis, also empfehle ich von jedem. Und hier schmeckt es immer gut? Ganz genau. Wenn Sie hier was kaufen und anerstieren, brauchen Sie nicht hingehen, weil es schmeckt groß unterschiedlich. Und egal was kaufen, können Sie ein paar Tage aufheben. Das ist wichtig. Als Qualität. Ganz genau, ja. Haben Sie auch Sonderwünsche und bekommen die dann gemacht? Ja, ja, gern. Immer. Wenn ich einen Tag, zwei Tage vorher was bestellt, habe ich immer bekommen. Freut mich. Vielen herzlichen Dank. Danke auch, gell. Jürgen Schiek ist Bäckermeister. Wann haben Sie damit begonnen, mit der Lehre? Also mit der Lehre begonnen, also mit 16 habe ich angefangen im älterlichen Betrieb. Oder drei Jahre gelernt. Dann habe ich den Abschluss gemacht, mit 1,8 damals der Brief. Dann fünf Jahre später habe ich dann den Meisterbrief gemacht, in Mannheim drinnen. Und seitdem bin ich praktisch immer im Betrieb hier. Mit dem Vater zusammen aufgebaut, das Geschäft. Und 2000 haben wir es dann übernommen vom Vater. In der wievielten Generation ist das die Bäckerei? Also wir sind jetzt die elf Generation in der Familie. In Reilingen ist das jetzt die zweite. Jetzt sieht man, auch für kleine, wenige Teilchen wird alles mit der Hand so hergestellt. Es wird einfach vom Grund auf produziert. Es sind keine Teiglinge, richtig? Ja, richtig. Wir stellen hier jetzt Plädterteig her. Und die Maschine ist normal für 50 Liter, aber man kann auch kleine Teige machen. Man sieht, das sind jetzt 300 Gramm Wasser und 500 Mehl. Also die Maschine packt da das. Also bis 50 Liter kann ich machen. Also bei Kreuzbäcker wird alles mit der Hand hergestellt? Was sind das für Brote? Das sind jetzt die Pfälzerkrustebrote. Dann haben wir am zweiten Schirm das Hockenbrot. Der Teig wurde vor zwei Stunden gemacht, dann aufgearbeitet, im Gärschrank geklaßt und dann eingeschossen. Jetzt braucht es noch zwei, 30 Minuten zum Ausbacken. Okay. Und dann können wir es rausholen. Deshalb schmeckt es so besonders frisch und gut. Ja, wird alles frisch hergestellt. Das Mehl ist für unser Hockenbrot. Das Hockenmehl ist 60 Prozent Hocken und 40 Prozent Weißmehl. Ja, das Weißmehl ist dann im Silo, ganz genau reichstätten, ein bisschen Gramm und dann wird es drüber geblasen. Wird gesiebt und wird drüber geblasen. Und die Leitungen da an der Wand, sind die auch vom Mehl? Ja, ja. Das Silo befindet sich im anderen Gebäude. Das sind zwei Silos mit 3,5 Tonnen. Also Mehl-Type 55 und Mehl-Type 8,12. Und dann haben wir noch ein Silo mit dem Roggenmehl, was ich jetzt ausgelassen habe, mit 1,5 Tonnen. Also wir brauchen keine Säcke mehr schleichen, wie früher. Der Teig ist auch gleich fertig, gell? Gleich fertig, ja. Es gibt jetzt ca. schon 20 Pastelen. Aus den einzelnen Bestandteilen, wie ein Gebäckstück eigentlich bestehend sollte? Ja, also Pastelen ist Mehl, Salz, Zucker und Wasser. Ohne Chemie? Ohne Chemie. Bei einem Teig wird durch die Fettschichte gelockert. Da kommt keine Hefe rein. Das wird dann später eintouriert, nennt man das. Ohne Teig und Fettschichte entstehen und das wird dann durch den Wasserdampf gelockert. Das nennt man die physikalische Lockerung. Ein Hefeteig, ein Hefeteig ist, wie man das Wort sagt, Hefe. Das ist dann biologische Lockerung. Das ist der Unterschied zwischen Plärteig und Hefeteig. Oder der Plünderteig. Deutsche Plünderteig, das ist Hefeteig. Und wird auch fett eintouriert und das gibt dann auch die Lockerung. Tschüss. 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 So. Die Bellingen. Das ist nicht. Oh, ich habe gar kein Tor. Oh. So. Oh, still. Ähm. Oh, still. Berliner. Berliner hat es gemacht. Aus einem Teil stellen wir nur 30 Stück her. Ach du. Ja? Ach du. Das ist eine Teil- und Rundwirkmaschine. Das ist die Ausrollmaschine. So wäre auch die Brötchen gemacht. Da gibt es eins. Das gibt dann. Die Brötchen geben wir den hohen Sesam. Und die Kaiserbrötchen geben wir die Brötchen. Und die lange Brötchen. Die war dann zurartige Rolf. Mhm. Ja. Baut er aus die Zwellen. Ist das interessant. Ja, interessant. So. Dööö. Absetzen. Abgesetzt. Und dann kommt es in den Gärschrank. Unser Bigger-Sauna. Ja, Gärschrank. Wie viel besser geht. Oder schneller geht. Oh. Früher. Früher hat man das alles oben. War ich so hochgegangen, hat man alles hochgestellt. Falls es oben wäre, ist. Ohne Gärschrank war das dann oben noch. In der alten Bigger-Reihe sieht man das noch. So, Max. Ist das schon los? Ja. Warte hoch. Ja, das ist doch. Atme hoch bei mir. Das sind schon nur Dinge. Ja, das ist gut. Das war Abblieb, Amin. 3 Minuten. Kann man die Digga-Haugen stellen? Hm? Der war, oder? Die kann ich schneiden. Das ist der Gerschrack. Das ist der Gerschrack. Das ist der Gerschrack. Erstmal die Berliner und die Donuts. Ein bisschen Gä. Und dann backen wir sie in Berlin ab. Das Gerät. Und was gibt das für Vorbereitungen? Das kommt jetzt mit eingeschwunden. Dankeschön. Dankeschön. Das ist jetzt unseren Teig, den ich vorhin gemacht habe. Jetzt machen wir da draußen den Blärteig. Dazu haben wir den Grundteig und das Fett. Das Fett wird jetzt, das nennt man Eintourieren. Es gibt jetzt die verschiedenen Fettschichten. Der Blärteig hat bis zu 224 Fettschichten. Das zeige ich jetzt mal, als ich den Anfang zeige. Das war jetzt eine doppelte Tour. Das sind jetzt wie viel Schicht, das sind jetzt vier. Ein, zwei, drei, vier. Ja, vier. Ja, fünf, vier. So, dann fahren wir. Jetzt muss der Teig ungefähr so eine halbe Stunde Teig ruhen. Ein bisschen entspannen, der Teig. Damit der Teig nicht austrocknet, tut man ihn in eine Plastikfolie einpacken. Die Teig. Das ist es. Ja. Du. Du. Dann. Du. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also alles ist Natur und nichts aus der Verpackung. Ja, so sieht's aus. So ist es. So ist gut. So ist es. 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 Wir haben jetzt halber neun. Jetzt haben wir einiges mitbekommen hier. Wann fangen Sie an eigentlich? 1.30 Uhr fange ich an. Da mache ich dann erst den Brötchen-Teig und den Brezel-Teig. Das machen wir als erstes. Die Brötchen sind dann ca. halb sechs fertig für den Laden. Dann machen wir die Mürps. Die Mürps machen wir dann noch. Blechkuchen machen wir noch. Apfelkuchen, Käse, Kuchen. Und dann nach der 6. machen wir dann unser ... Solemann macht die Teige für das Brot. Und ab der ... ja, kurz nach 6. machen wir dann das Brot auf. Und das kommt dann am 8. alles in Ordnung. So ist eigentlich morgens das Pflichtprogramm. Und dann ab 8 Uhr kommen dann so Sachen wie Berliner. Heute machen wir jetzt Gewürzkuchen und Finchenskuchen. Und so ist halt jeder Tag am 8 Uhr gestartet. Ab 8 Uhr. Morgen zum Beispiel, freitags machen wir dann die ganzen Hefezöpfe. Gefüllte Zöpfe, umgefüllte Zöpfe machen wir da. Rosenkuchen, Zuckerkuchen, Apfelkuchen. Das ganze Sache fürs Wochenende. Ja. Und samstags fange ich halb zwölf an. Äh, nachts? Nachts. Ja, halb zwölf. Da machen wir dann Brötchen und Brot. Boah. Ja. Okay. Und sonntags Ausschlupf? Nee. Sonntags tun die Ausschlupf, ja. Also wenn der Bäcker nachts anfängt, dann tut der Bäcker den ganzen Tag eigentlich auf der Couch liegen oder im Bett. Nee. Durch das, dass wir jetzt Sonntagsofen haben, müssen wir noch Kuchen vorrichten machen. Soll. Also kein freier Tag mehr. Dann müssen wir jetzt einschneiden. Dann geht der Käskuchen hoch. Dann ungefähr so hoch. Okay. Und nach der Backe geht's glaube ich. Aber deswegen muss man schneiden, es ist verreist. Das ist ein Fett. Das ist ein Fett, ja. Das ist extra so spezielles Öl. Öl zum Eisspritze der Formen. Damit der Kuchen nicht hängen bleibt nach dem Backen. Gewürzkuchen. Das ist jetzt Gewürzkuchen. Und jetzt weiter rechts Berliner. Jawohl. Jawohl. Unser mehr gut backt jetzt gerade wieder. Ach du, guck mal, wie schön. Sind die Eigenschaften aufgesetzt? So, und jetzt gehen wir wieder zurück zum Gewürzkuchen. Da schwenken wir jetzt da unten hin. Und das ist die Marmelade für den Gewürzkuchen? Das ist die Marmelade für die Berliner, ja. Für die Berliner? Für die Berliner. Das ist ein Berliner Füllgerät. Das ist ein was? Ein Berliner Füllgerät. Ah, da oben die Spitze. Die Berliner wird da oben drauf gesteckt und dann wird da einmal gedrückt und dann kommt der Muß raus. Gut. Für die Ehe muss man kommen. Gewürzkuchen mit einem kleinen Schneebesen. Natürlich brauchen wir die Masse in die Forme. Und jetzt eine Erklärung für die Zuschauer. Was wird da reingedrückt? Johannes wird am Marmelade. Schon da, das Qualitätsmerkmal ist der schöne weiße Rand. Qualitätsmerkmal, weißer Rand, warum? Da sieht man, dass der Berliner Schelluftdisch fluffig ist. Aha. Jetzt zum Beispiel, so wie jetzt, ja. Wenn jetzt kein weißer Rand wäre, dann sind sie ziemlich fest. Okay. Der Berliner soll halt so den weißen Rand haben. So, jetzt war TV-Übriginal hier mal live dabei, bei Bäckerei Schiek, beim Kreuzbäcker in Reilingen, Jürgen Schiek. Und haben wir das mal miterleben dürfen. Ein O-Ton an die TV-Übriginal-Zuschauer. Also ich hoffe, dass wir ein paar Kunden sehen und wünsche euch einen guten Appetit, wenn ihr bei uns seid. Danke. Okay. TV-Übriginal 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 TV-Übriginal